hallöchen und willkommen bei Elite Dangerous 2.2 heute relativ reibungslos erschienen ich bin nach hause gekommen habe den rechner angeschmissen steam startet automatisch patch wurde automatisch runtergeladen ging ganz schnell wann ich weiß gar nicht wie groß der war ging ruckzuck und ja könnte einloggen die server haben bisher nicht gesponnen und es funktioniert auch alles wir sind hier gerade in der founders world wundert euch nicht hier vor uns da steht gerade eine der diamondback schiffe warum zeige ich gleich so erstmal raus erstmal in das neue schöne stationsmenü das kennen wir alle schon aus auffüllen warum ich habe gerade nichts gebraucht ist auch egal ich tank trotzdem mal auf ich fühle auch mal auf ist egal so auf jeden fall was mir noch mal vor neu aufgefallen ist ist das hier das ist alles ein bisschen übersichtlicher geschaltet übersichtlicher gestaltet die handelsdividende das ist glaube ich wenn man im wing handelt bekommt man ja immer wenn man mit dem händler unterwegs ist prozentualen anteil am gewinn pakete mit geheim information wird jetzt angezeigt und so weiter und hier unten noch mal die kampfbelohnungen so wir haben heute ein bisschen was vor nehmen uns dafür aber die zeit die wir brauchen und als allererstes ich denke das ist das größte was wir direkt machen wir kaufen uns natürlich ja okay jetzt ist ja noch die asp drin wir kaufen uns natürlich erstmal den beluga liner für mich ist es der beluga liner nicht die deswegen ab sofort für mich hier bei uns der beluga liner wo ist er denn dann müsste da ist er 74 177 million in der grundausstattung würde ich sagen kaufen und genau das alte schiff einlagern so hätte ich das gerne genau das soll nämlich hier bleiben okay dann ein kleines füllklein zwitscherte mir dass kuriole es gerade wohl ja nicht geupdatet wird wegen weiß ich nicht habe ich schon wieder vergessen ist auch egal jedenfalls gibt es eine andere seite die das übernommen hat oder das jetzt über eine andere seite trotzdem über kuriole es läuft ich verlinke euch das mal in der video beschreibung ihr kennt mich falls ich vergessen habe bitte noch mal darauf hinweisen aber ich versuche dran zu denken jedenfalls hatte ich mir da jetzt den beluga liner zusammengestellt und zwar da sitzen wir schon mal drin im schiffchen jetzt kann ich auch endlich das ging vorher immer nicht da musste ich man konnte vorher nie die kamera hier mit der maus zu bewegen wie ich es jetzt mache jetzt funktioniert das gott sei dank so das ist für mich um einiges einfacher da ist er mit seinem kleinen stummel flügelchen links und rechts aber das schiff an sich ist halt sehr groß und das passt guck mal das passt da hinten gerade so rein das aber nicht viel platz war warte mal gleich jetzt jetzt können wir nach hinten es gibt immer so eine sicherheitszone also hier komme ich jetzt zum beispiel nicht nicht weiter an das schiff ran so dann fliegen wir mal nach hinten durch da ist echt nicht viel platz ne also das ist an sich schon sehr sehr groß meine fresse das passt ja wirklich gerade so rein okay achtung hier das wird beim beim ausparken eventuell kritisch da müssen wir wahrscheinlich direkt was bezahlen bei der station hier so auch ganz putzig da links dort wo das da direkt in der mitte jetzt dieses 3b steht das ist wahrscheinlich eine tür und da könnte man sich jetzt eventuell mal die maße vorstellen jedenfalls ein schönes großes neues schiff in unserer flotte und ich habe mir das natürlich schon mal im vorhinein zusammen gebastelt wie ich das jetzt gern hätte und zwar wir fangen am besten mal an ich baue erstmal die beiden impuls laser aus denn die brauchen wir nicht das soll für mich ein reines passagierschiff werden ohne jegliche bewaffnung das möchte ich nicht deswegen kommen die raus also ich wäre es vielleicht sinnvoll da jetzt ein paar waffen drin zu lassen aber ich hau dann lieber ab und dann machen wir uns schneller aus dem staub so aufhängung genau die werkzeug steckplätze machen wir danach beginnt erstmal in die basis rein denn da soll was brauche ich denn fünf b kraftwerk kraftwerk reicht eigentlich ja bräuchte ich für das wie ich es jetzt erstmal geplant habe gar nicht kaufen mal kurz das 5b kraftwerk würde direkt austauschen so dann die schub düsen da nämlich aber sieben a schub düsen das wird ein bisschen 45 millionen kosten die ok ich muss mal ganz kurz mit den sieben a schub düsen würden wir auf 288 boost kommen mit den sieben b auf 281 da sparen wir 30 millionen ist jetzt nicht so dass wir darauf achten müssten aber also wirklich so muss ja nicht sein also denn der sieben a frame schrift antrieb der kostet nämlich schon 45 millionen so lebenserhaltung da kommt die 8 die lebenserhaltung rein ist das einzige schiff mit einer achte lebenserhaltung kann das sein ich weiß es gar nicht kommt mir gerade ziemlich hoch vor so dann der energieverteiler da nehme ich einen einfach eine 6d das müsste passen da müssen wir mal schauen wie das dann beim fliegen ist beim boosten oder so das habe ich jetzt nicht im kopf wir nehmen jetzt erst mal den sieben 6d dann den 5e sensor zum 5d sensor wie gesagt das ist jetzt bloß für mich hier ist ein 128er tank drin da meinte ich noch in der beta dass das das der eventuellen kleinen tank hat wusste aber nie wie groß der war entweder die haben jetzt noch mal erhöht weil für meine für mein verständnis hat er immer sehr viel sprit verbraucht für einen einzigen sprung kann natürlich allein an der masse des schiffs an sich liegen das lassen wir erst mal so und das bleibt auch so und so dann optional dann ändern wir den 6 e schild generator ach moment Da wird noch ein 6d schild generator draus gemacht Ich sehe gerade was wenn wir das ist vielleicht gar nicht so verkehrt Das macht halt echt eigentlich nicht viel aus da kommt nämlich noch mehr dazu passen auf wir gehen noch mal ganz kurz zurück in die basis ich nehme jetzt mal Da kriegen wir nämlich anderthalb lichtjahre sprungreichweite mehr dazu wenn wir die schub düsen da ich bin da mal nicht so dass ich da unbedingt die besten braucht gerade bei solchen schiffen eigentlich nicht Durch den ingenieur werden wir die hier wahrscheinlich auch noch mal upgraden und zwar das sind einfach die 7d schub düsen nehmen Dadurch bekommen wir eine deutlich höhere sprungreichweite noch mal So gut okay dann sparen wir noch mal ein bisschen am kraftwerk eventuell könnten wir da noch mal runter gehen Müsste passen so okay also dann der schild generator zum 6d schild generator Oder warte mal Wobei wir könnten auch ein 6a schild generator nehmen das macht sprungreichweiten technisch gar nicht so viel aussehe ich gerade Schild generator Der kostet plus 14 millionen Achso ja okay machen wir gleich Wir bauen das ding erst mal zusammen Dann Fangen wir ganz unten an da nee das bleibt Der aufklärungsscanner der einfache der wird zum Ach gut Der hier da kommt der Fortgeschrittene rein genau dann darüber gleich der detail oberflächenscanner So dann geht's los mit Zweimal Drei E economy class Passagierkabin Kabin Wo sind denn die dinger hier Genau zweimal drei E 7500 für eine okay Da passen nämlich vier rein Ich weiß halt nicht wie viele von diesen economy Leuten eventuell tauschen wir dann zwischen first business und economy noch mal ein bisschen was hin und her da müssen wir erst mal schauen Was sich da am ehesten rentiert Erstmal so dass wir von allen was dabei haben also acht economy hätten wir dann business hier 4d und 5d business 5d business kabin Erstmal die hier das sind sechs Sechs passagierplätze dann hier auch noch mal Die hier genau business ja insgesamt 16 plätze So dann moment economy economy business business jetzt zweimal first class Genau Warte mal ich muss noch mal Achja da kommt das rein da kommt das rein Genau ein 5c first class so jetzt bin ich wieder in der spur Genau first class hier rein und luxus kabine Die werden aber teuer und dann noch mal ein 6c first class Genau 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 Dann Genau dann bloß eine luxus kabine Denn hier kommt noch das der treibstoff sammler rein das view scope Hier kommt jetzt eine luxus kabine rein genau die 6b die hat halt bloß acht plätze aber Wir hatten in der beta vier millionen Das ist ja ein schnäppchen alter da haben wir aber schön ausgegeben Naja Okay jedenfalls hätten wir jetzt das hätten wir lackierung gibt es da schon gibt es ja auch die black friday direkt ne ne schade Okay die bleibt aber weiß Aber tunbrett folien da kommt nichts hin Gibt es eigentlich andere folien als die die wir eh schon haben Kampf gefährlich tödlich Elite Ach hier die erkunder ränge Gut die erkunder dinger vielleicht Ne ich mag die nicht so wie die sehen irgendwie nach nichts aus die ganzen Aufkleber Eingelangerte module Werkzeugsteckplätze genau So da packe ich mir alles rein was ich gerne mag Ein Stüppelwerfer Da stehe ich ja total drauf Kann ich düppeln Dann einmal die elektronische Gegenmaßnahme Da bin ich ja auch sehr dafür Dann einmal so ein Hitze Gegenentwicklungsdingens Kühlkörper meine ich So und Dann hatte ich noch eine Point Defense drin Ich baue einfach alles mal rein Falls uns irgendwo jemand mal auf den Sack gehen will Und dann noch zwei Schildbooster So Gut das wäre erstmal Im großen ganzen das Schiff Das hat jetzt hier unten Verbraucht das sogar deutlich mehr Als es mir anzeigt In Coriolis Okay eventuell Ach nee Ach warte mal Ah ne doch das 5B Kraftwerk Vielleicht gehen wir auf der 6C hoch Das hat ein bisschen mehr Vielleicht nehme das 5A Ich nehme das 5A So da haben wir dann noch ein bisschen mehr Platz Dann ein bisschen mehr Spielraum Okay das wäre das Genau Änderung an Modulen vorgenommen Genau Huch Manchmal kann man Sachen mit Enter Und manchmal nur mit Leertaste bedienen Na gut So die Frachtluke bräuchte man da theoretisch nicht Ist aber egal Die kann drin bleiben Auf Priorität 2 So alles andere ist an Genau Der Aufklärungsscanner Und den Rest kann ich so bedienen Das hier ist beim RC Also Kühlkörper ist beim RC Düppel ist V Und elektronische Gegenmaßnahme macht es automatisch Die Point Defense glaube ich auch So dann haben wir jedenfalls Kabinen 8x Economy Warum fasst das die denn nicht zusammen Achso Business auch nicht Also 8x Economy 16x Business 1. Klasse 18 Und Luxus 8 Eventuell die 1. Klasse 1 nochmal wegnehmen Ich bin mir da noch nicht sicher Ich lasse das jetzt erstmal so Denn ich glaube Luxus hätten wir eher weniger Passagiere dazu Wir können mal kurz schauen Vielleicht ist ja die Aufgabe nach drin Denn als ich vorhin mal hier spaßeshalber reingeschaut hatte War direkt eine Route zum Zentrum der Galaxie Für 32 Millionen Credits So guck mal hier 21 Millionen Alter Gut können wir alles nicht annehmen Weil wir hier nicht wohlgesinnt sind Aber wir probieren dann von einer anderen Station aus Mal solche Missionen anzunehmen Okay hier ist jetzt leider nicht viel machbar Macht aber nichts Denn was ich noch vorhatte Wir Genau Nach der letzten Folge noch Hatten wir eigentlich noch eine Nachricht bekommen Da bin ich gar nicht drauf eingegangen Ich habe die erst später gesehen Und zwar war das noch ein Ingenieur Die hier ist das Celine Jean Und die War mir neu Kann rumfüllen Verstärkung Und auch die Panzerung Kann auch gepimpt werden Das finde ich ja ganz geil Wusste ich gar nicht Die möchte bloß 10 Einheiten Pionit Müsste ich mal 10 mal Pionit irgendwo abbauen Ja mal schauen Irgendwann mal machen Aber was wir machen Und zwar Das hier Wir fliegen nochmal zu Elvira Martuk Da können wir nämlich Wir brauchen bloß Zweimal magnetische Emitterspulen Damit wir das zweimal machen können Und genau deswegen War ich vorhin auch mit der Diamondback erstmal Kurz noch eingeloggt Und bin hier vor der Founders World Vor James Memorial Ein bisschen rumgeflogen Und ich wollte nochmal FSA Datencatch Ausnahmen sammeln Dass wir Ausnahmen sammeln Dass wir eventuell auch hier auf 5 kommen Dass wir das vielleicht 5 mal machen können Ich habe aber keine gefunden Der Grund Dafür ist Der Dass Die FSA Datencatch Ausnahmen Hier Da ganz rechts sehen wir es bei Qualität Das ist die höchste Qualität Kommen auch am seltensten vor Hier hatte ich Das hatte ich zweimal gefunden Exzentrische Hyperraumrouten Ja Kommen selten Gleiche Seltenheit Aber Leider halt Keine FSA Datencatch Ausnahmen Ich wollte dann auch nicht lange rumfliegen Ich habe vielleicht 10 Sogwolken gescannt Aus 2 gab es gar nichts Dann hier diese exzentrischen Sachen Und irgendwelche atypischen FSA Störungsaufnahmen oder sowas Nicht wundern Links unten wird übrigens noch Elite Dangerous 2.2 angezeigt Das war glaube ich mit dem 2.1 Patch auch mal so Da wird wahrscheinlich heute oder morgen noch ein Fix kommen Dass das weg ist Und wenn ich jetzt mit STRG F die Frames einblende Links unten Werden die jetzt mittlerweile in grün Und dann steht auch ein FPS davor Das war vorher auch anders So Gut Genau Leider keine anderen Aber wir brauchen halt diese magnetischen Emitterspulen Die können wir kaufen Und das habe ich mir auch schon zurechtgelegt Und zwar in der Nähe Moment In der Nähe von Lese Lese die Das ist nicht so weit weg Lese die So Guck mal Da sind bloß 54 Lichtjahre Und dort in der Nähe Da kann man die kaufen Und ich habe mir jetzt mal auf Eddb.io Die Sache angeschaut Wo wir das bekommen Im System Schell mal Look Das ist dort oben Okay Vielleicht etwas was ein bisschen näher ist Retila Okay Das ist da drüben Eins was vielleicht ein bisschen unterhalb ist Ich meine es ist nicht so schlimm Das sind bloß ein paar Ha Itari Gibt es nicht Oder El Tari Auch nicht Orescu Gibt es auch nicht Asgard gibt es Ja komm Da fliegen wir dahin Das ist nicht so weit weg Da kaufen wir uns halt zweimal Von diesen Dingern etwas Und das ist auf dem Auf der Steiner Plattform Genau Hätte ich mir auch extra eine rausgesucht Wo wir mit dem großen Beluga Liner landen können So Düsen wir dahin Und dann Zurück zur Oberfläche Wir checken nochmal alles Alles durch Hä Wie habe ich denn 32 Achso Jetzt weiß ich auch warum das nicht hinhaut Ich habe den Ich habe den Wir müssen nochmal zurück Gott sei Dank bin ich noch nicht abgehoben Ich habe das Ich habe das Fuel Scope gar nicht gekauft Das wäre peinlich Einfach keinen Treibstoff mehr dabei zu haben Dazu später mal mehr So sorry Da müssen wir nochmal zurück Und Ja genau Hier oben Ich wollte schon sagen Das gibt es doch gar nicht Da kommt dann aber der Der 6b Fuel Scope rein Das reicht mir aus Wo soll er denn Hier Der 6a kostet halt 20 Millionen mehr Und sammelt nicht so Viel mehr ein So wunderbar Jetzt sind wir ausgestattet Jo Okay Gut dann legen wir mal los Die haut alles hin 90% Genau Vielleicht können wir die dann mal irgendwo abgeben So Na dann Lichter an Und Die ersten paar Meter Mit dem Beluga Hat halt auch ein sehr schönes Großes Das gefällt mir Oh hier sind noch zwei andere Kommande Kann ich sehen wer das ist Huch Wo hängt denn die Bude Oben oder unten Ich weiß es nicht Alles gut Hat ja geklappt Gerade so Okay Dann lass uns mal Springen 2-3 Sprünge 11 Sprünge Ah ok Ha Moment Das ist ja albern So 3 Sprünge Das jetzt auch nur Dass oben die Sicherheit angezeigt wird Ob wir sauber in dem System sind Oder nicht Und Rechts oben Hat es gerade die Sternklasse wieder angezeigt Ein K-Stern Das heißt Du durfst mal auftanken können Ja und jetzt Du darfst mal direkt mal in den Hyperraum sprung Ja Alles ein bisschen größer Ein bisschen gewaltiger Ein paar andere Farben sind glaube ich dabei Genau Und dann fliegen wir halt erst mal Zu der lieben Frau Matuk Die darf dann zweimal rumexperimentieren Am FSA Damit der eine höhere Reichweite hat Genau Hier ist ja jetzt auch Der Aufklärungsscanner drin Damit wir auch unterwegs sind Wenn wir dann mal Solche Missionen machen Ein bisschen rumscannen können So und jetzt ist es wohl so Können wir das hier mal testen Genau So Nach wie vor alles beim Alten Wenn man ein System gescannt hat Aber In der Beta konnte man halt die Oberfläche sehen Das geht jetzt nur Wenn man den Detail gescannt hat Den Planeten Dann sehe ich auch hier die Oberfläche Ich vermute Das hat was damit zu tun Da die Planeten ja erst Prozedural generiert werden Wenn der erste Den auch Detail scannt Oder überhaupt näher ranfliegt Erst dann sieht man ja manchmal Die Textur aufploppen Und ich denke mal Das hat damit was zu tun Dass erst dann halt auch Eine Textur angezeigt werden kann Und nicht schon Wenn ich jetzt einen groben Systemscan mache Da würde es mir vielleicht Irgendwas Falsches anzeigen Aber Wie gesagt Das wird alles erst generiert Wenn da einer mal richtig Nah ran geflogen ist Und das finde ich auch okay Dass das so gemacht ist So weiter geht's Haben wir direkt mal voll aufgetankt Und den Stern mit gescannt Können wir auf jeden Fall machen Kriegen wir doch ein bisschen Geld Und dann können wir vielleicht Bei der Frau Matuk Die Sachen abgeben Dort könnten wir das glaube ich Das können wir eigentlich mal machen Wenn wir dann dort hinkommen Und wir könnten Das werden wir nicht mehr schaffen Oder Bis zu 50% optimierte Masse Das wäre natürlich geil Oh fuck Oh Gott Das ist aber nett Okay Das ist eine Sache Die wollte ich euch sogar noch erzählen Dafür gibt es auch eine eigene Grafikeinstellung Ganz unten bei Qualität Schweifqualität Geht nicht höher als hoch Regelt die visuelle Qualität Regelt die visuelle Qualität Der Schweife von Neutronensternen Und weißen Zwergen Das sieht natürlich sehr genial aus Oder Hallo Ach genau Moment Beim Beluga Liner war ja die Kamera woanders Das macht doch was her Guck mal Da habe ich direkt ein Bildchen Noch ein bisschen raushoben Das Ding ist Die Kamera ist nicht langsam Das Schiff ist einfach bloß so groß Wunderbar Weiter geht's Schon angewählt Ja ne Ah ok Ja ich glaube Das mit dem Tank ist hier besser Also hier braucht die Nicht so viel Wie in der Beta noch Da war ja locker ein Drittel Immer irgendwie weg Wenn ich da so einen normalen Sprung Mit dem Beluga Liner gemacht habe Und hier ist das recht human 128er Tank Meine Fresse Oh 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 Das hat 128 Tonnen Treibstoff dabei Andere Schiffe würden sich das wünschen Gut Kann man ja nachrüsten Wird dann bloß unnötig schwer Ich hatte das ja damals so gemacht Da bin ich die andere Taktik gefahren Dass die Als ich zum ersten Mal zum Mittelpunkt der Galaxie bin Dass die ASP Die hatte dann glaube ich Plus eine Sprungreichweite von 7 oder 28 Lichtjahren maximal Aber Die hatte So viel Treibstoff dabei Dass ich einfach Knapp 950 960 Lichtjahr Am Stück springen konnte Ohne ein einziges Mal nachzutanken Das war auch nicht schlecht So hat man sich das Nachtanken gespart Da habe ich halt auch die ganzen Sterne nicht gescannt Und bin halt einfach direkt weitergelöst Was ich jetzt nicht mehr mache So und jetzt zum eigentlichen Problem Hatte ich ja noch gar nicht angeschnitten Eventuell könnte man es raushören Zum Oh fuck Schon wieder immer beim Quatschen Zur Explorer ASP Die gerade mitten auf dem Weg zum Zu Sagittarius A ist Und zwar war ich gestern In einem Neutronenmeer gefangen Und bin dann Neutronenstern nach Neutronenstern angesprungen Hab die gescannt Und auf einmal konnte ich nicht mehr weiterspringen Weil ich mit Null Treibstoff gestrandet bin Da ging mir erstmal ganz schön die Pumpe Bin dann erstmal aus dem Supercruise raus Und ich habe rechts unten So wie jetzt die kleine Leiste Unter den 2,5 2,15 Tonnen Treibstoff pro Stunde So ungefähr war noch übrig Also die große Leiste war komplett leer gesaugt Und es war bloß noch das bisschen drin Ich dachte mir Scheiße Alter Ich habe dann echt überlegt Fuck was machst du jetzt Hab dann Überlegt Und Gedacht Ne Also ich kann mich unmöglich selber in die Luft jagen Und die ganzen Daten sind dahin Dann habe ich mir mal die Fuel Rats angeguckt Da gibt es ja dann eine schöne Seite für Habe mich da angemeldet Und Die helfen einem Dass man halt wieder zu Treibstoff kommt So Nun muss man sich da anmelden Da ist alles auf Englisch Und muss halt seinen Namen angeben Seinen Ingame Namen Mit dem man ja gerade unterwegs ist Und seine Location Also wo man sich gerade befindet So Nun war ich dann allerdings gerade irgendwie 24.000 Lichtjahre Von der Blase entfernt Die rechnen immer von der Blase aus gesehen Oder Vom Colonial Äh Von der anderen Kolonie halt Ganz einfach Und ja Jedenfalls Habe ich mich dort gemeldet Und die waren auch sehr nett Die haben sofort Zugesagt Und ja Wir helfen dir und so weiter Es kann allerdings irgendwie 13 Stunden dauern Bis einer da ist Da dachte ich mir Ey alter Ihr zieht das doch nicht durch Und springt 13 Stunden am Stück dorthin Bloß Um jemandem Treibstoff zu geben Und ich dachte Okay mach mal Nun ist halt heute Das gestern Abend passiert für mich Heute jetzt Kam der Patch raus Und ich muss heute Abend Deswegen da nochmal online sein Weil es möglicherweise Schon so weit ist Dass da jemand vor Ort ist Und mir unter die Arme hilft Und wieder ein bisschen Treibstoff Gibt Oh fett Geil Das sieht ja nett aus Hier drin Guck mal Hier hat jemand gebaut Alter Das ist ja geil Oh fett Jetzt fällt mir auch was ein Guck mal Blaue Landepads Wir haben keinen Ich muss nur mal eine kleine Kabine rausbauen Wir haben nämlich keine Keine Frachtkapazität übrig Hier ist ja alles im Arsch Hier ist ja alles Guckt euch mal die Landepads an Alles verrostet 500 Meter So dann bringen wir den neuen Engel mal runter hier Naja jedenfalls Helfen die mir Und ich muss jetzt Muss mich da nachher nochmal anmelden Haben gesagt ich soll nochmal online kommen Ich weiß nicht wo da der Hauptsitz ist Jedenfalls Haben die sich gewundert Dass ich Halt irgendwie aus Deutschland schreibe Weil es bei uns ja dann kurz nach Es war wirklich kurz vor Mitternacht Ich wollte eigentlich ins Bett gehen Und genau dann ist das passiert Da dachte ich Scheiße Ne jetzt muss ich das erstmal irgendwie klären Und naja Ich muss dann nachher nochmal online Und mal gucken Ob da vielleicht schon jemand vor Ort ist So Okay Hier Brauchen wir Wir müssen den Hangar betreten Ich hab das nicht bedacht Sorry Wir brauchen zwei Frachtplätze Ich baue jetzt einmal den Die economy class Passagierkabine raus Und da brauchen wir mal ein klein bisschen Fracht Sonst kriegen wir die Dinger gar nicht weg Die magnetischen Emitterspulen Naja Jedenfalls war das erstmal ein ziemlicher Schreckmoment Ich hab einfach nicht Ich achte immer bei jedem Fucking verdammten Sprung Ach Gott Hier sieht es ja wirklich ein bisschen zerranzt aus Bei jedem Sprung Achte ich da drauf Dass da genügend Treibstoff drin ist Vor allem ich tanke auch an jedem Stern Nur ist in dem System Oft ist es ja so Dass in dem System Wo sich dann so ein Neutronenstern befindet Befinden sich nur viele andere Objekte Mal ein schwarzes Loch Mal noch ein zweiter Dritter Neutronenstern Mal noch Zwei, drei andere Sonnen In diesem Nichts Nichts Kein anderer Stern Wo ich hätte auftanken können Naja So Das Ding raus Ach Gott Na gut Ich bin gerade mal Zwei Tonen frei Hach Wach ich jetzt einlagern können Ne Ach ist egal Ach Gott sei Dank Hier oben ist jetzt der Warnmarkt So Magnetische Emitterspulen Wo sind die Dinger Ach übrigens Die nächsten Folgen Werden nicht wieder über 30 Minuten gehen Ich muss das mal wieder ein bisschen eindämmen Das ist sonst immer Ein bisschen viel Was ich dann rendern und hochladen muss So zweimal gekauft Was kosten die 64 Oh Das ist aber nicht viel Naja Passt mal auf Wir machen hier beim nächsten Mal weiter Ich Wir schauen mal ganz kurz Was dieses eine System von gebracht hat Gar nichts Achso Das könnten wir nicht mit abgeben Okay Doch ein bisschen Naja gut Wir machen hier beim nächsten Mal weiter Wir fliegen zur Frau Matuk Pimpen unseren FSA Antrieb ein bisschen Mal gucken was so geht Und dann Ja Fliegen wir nach Toloku Und gucken mal Was wir da vielleicht so für eine Erste Passagiermission Hier annehmen können So das war es Von mir für heute Ich bedanke mich Ich hoffe bei euch Ist es reibungslos gelaufen Falls ihr irgendwas erlebt habt Jetzt Oder was ihr direkt mal probiert habt Mit dem Patch 2.2 Gerne damit in die Kommentare Bis dahin wünsche ich euch Einen schönen Tag noch Und haut rein Bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.